Hallo, herzlich willkommen bei Stefan Probiertz. Heute Limited Edition von Hanuta, Hanuta Cookies. Interessanterweise sind Hanuta ja normalerweise haben hier eine braune Füllung und die ist jetzt hier hell. Äh, was verraten die uns denn hier da drüber? Steht denn nirgendwas? Doch hier. Zehn Schnitten mit Milchcreme, 74% und Kakao-Butterkeksgranulat. Und dann ganz, 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 ganz viele Zutaten. Das mag ich alles gar nicht. Ne, das mag ich gerne vorlesen. Da mag ich nicht drüber nachdenken. Ich mach auf und guck mal, was hier die Cookies können. Die Hanuta Cookies, das ist jetzt die Einzelpackung. Äh, op, bröselt. Ja, ja, natürlich weicht die Darstellung natürlich ein wenig von der Verpackung ab. Ah, da sind, da sind, da sind irgendwie die schwarzen Stückchen. Da ist ein bisschen mehr zu sehen. Ansonsten, Punkt, Geruch. Ja doch, ein bisschen fettiger, milchiger. Das ist jetzt nicht so meins. Die Cookies sind ganz nett, aber ich meine, wir haben ja schon Waffeln. Aber dann diese Milchcreme, die sind ein bisschen zu dominant. Hat diesen säuerlichen Milchcreme-Geschmack, den ich nicht so mag. Es schmeckt dadurch total fett. Mh. Also da bin ich nach einem. Aber sowas schon pappsatt. Also wer einen Zwischensnack braucht, der ein schnelles Sättigungsgefühl gibt, das hier ist es. Aber, ja, muss ich halt so ein bisschen durchbeißen. Ja. Ja. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen was. Für mich gibt es Besseres, zum Beispiel das Original. Hm, Entschuldigung. Damit bis zum nächsten Produkt. Tschüss.